Man kann drin warten, kochen, soft kochen, einkochen, Dampfgarten, alles was man sich so mit vollem kochen in Verbindung bringen. Wir haben zweimal ganz normale Dampfverladen. Wir machen einen Wassermantel, das wir erhitzen. Wir können hier bis zu 100 Liter Soßen kochen, Weiß kochen, in den Pfeiladen kochen. Der Vorteil an den Dinger ist, dass es halt nichts reinbrennt, weil wir keine direkte Energieeindrückung haben, sondern alles mit einem Wassermantel. Die kommen viel schneller als ein normaler Poptop. Hier sind wir ein Multifunktionsgerät. Das wäre interessant, wenn wir das vielleicht einfach mal, damit wir heute sehen, was eigentlich alles ist. Wir haben hier ein Multifunktionsgerät, das auch über USB anschließbar ist. Man kann sich hier Rezepte herunterladen lassen und das Ding kochen eigentlich von alleine, sodass in Zukunft der Koch hier erzelt sein kann. Wir haben hier Rezepte. Man kann hier Wegläse einkochen, was wir in der Zwischenzeit auch tun. Wegläse einkochen so Milchautomaten, wo es dann Gulasch gibt, Polonäse gibt. Und dann haben wir hier so ein manuelles Garn. Und alles geht elektrisch, sondern alles geht von alleine. Alles energieeffizient, sobald die Temperatur erreicht wird, schaltet er eigentlich ab. Und wenn die Temperatur stoppen, dann hält man die 100 Grad mit wenig Strom.